Ich habe Angst halt. Ich habe Angst vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf den Tribünen und eben auch an den Bildschirmen. Seit nunmehr neun Jahren diskutiere ich immer wieder auch die Wahlrechtsreform mit. Und zwar mit dem Ziel, dass wir ja den Bundestag verkleinern auf die gesetzlich vorgeschriebene Größe von 598 Mandaten. Und Herr Amthor, Sie haben ja gerade ein paar Beispiele, gerade von der SPD auch genannt. Wissen Sie was? Wir wissen darum und wir stellen unsere Einzelinteressen zurück zum Wohle der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger. Das müssen Sie erst noch lernen. Und dann auch sehr spannend, der letzte Satz von Herrn Heveling fand ich total spannend. Er sagte ganz zum Schluss, die erste Stimme ist Bürgerstimme. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, für uns sind beide Stimmen Bürgerstimmen. Und jedes Mal bei dieser Debatte geht mir echt der Puls hoch. Jedes Mal bei der Wahlrechtsreform, wenn es dann um Direktmandate und Listenmandate geht. Wissen Sie, ich bin 2013 und 2017 über die Landesliste eingezogen. Niedersachsen. Großartiges Bundesland übrigens. Und 2021 dann habe ich das Direktmandat geholt. Aber an meiner Wahlkreisarbeit hat sich gar nichts geändert. Ich kümmere mich um die Menschen vor Ort. Ja? Um ihre Anliegen und ihre Sorgen. Ich erkläre und diskutiere die Beschlüsse, die wir im Deutschen Bundestag gefasst haben. Und für mich als SPD-Mitglied natürlich auch die sozialdemokratische Politik, die ich vermittle. Und ich bin das SPD-Gesicht vor Ort. Und deswegen sage ich Ihnen allen hier, im ersten Schritt ist es die Partei, weshalb wir hier sitzen. Die Partei nominiert uns doch als Kandidatinnen und Kandidaten und stellt die Listen auf. Und ehrlich, die Partei. Ja, genau. Und meine Partei ist auch für mich dann gleich die DNA. Die Partei ist unsere DNA und ist unser Kompass. Und deswegen ist es richtig, dass wir als Zweitstimme jetzt die Hauptstimme haben. Und das ist die Parteistimme. Das ist gut so. Das stärkt die Partei. Und dann kommt die Wahlkreisstimme. Denn ehrlich gesagt, wir brauchen mehr wir und weniger ich. Und deshalb sage ich Ihnen, es wird jetzt auch endlich Zeit, dass wir das, was wir den Bürgerinnen und Bürgern immer versprechen, auch jetzt endlich einhalten. Daneben dann natürlich die Parteistärken und Einzelinteressen endlich hinten anstellen. Dieser Schritt stärkt die Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen in die Politik. Da bin ich fest von überzeugt. Und deshalb ganz ehrlich, lasst uns nicht mehr lange schnacken. Mutig sein, anpacken, umsetzen, fertig. Geht ganz einfach und tut nicht weh. Vielen Dank. Vielen Dank.